Hi, heute will ich euch mal was ganz anderes zeigen und zwar habe ich im Internet gesehen, mich hatte schon mal interessiert, mit dem Epoxidharz solche Lampen zu machen und ich habe mir jetzt einfach mal alles besorgt und probiere das jetzt zum ersten mal aus. Wir haben ja erst mal vom Baumarkt einen ganz langen Balken geholt, was haben wir hier, quasi 7 cm, 7,7 und habe mir den jetzt gepürzt auf ganze 30 cm, 30 cm weil ich habe ganz viele Sachen gesehen im Internet, ich wollte da unbedingt auch eine Lampe drin haben und habe hier sowas gefunden, damit ich eine recht hohe Quelle habe, das heißt also, das ist mein Maßstab, ich werde jetzt quasi ab hier meine Löcher machen, also ihr könnt gespannt sein, ich bin es auch, viel Spaß beim Schauen.